Es gibt ja wirklich viele Lichtschwertfarben. Von häufigen Lichtschwertfarben wie Blau oder Grün, über seltene Farben wie Gelb oder Pink, bis hin zu ultra seltenen Farben wie Weiß oder Orange. Allerdings gibt es auch eine Lichtschwertfarbe, die nur einmalig war. Und zwar Bronze. Nur der Wookie Jedi Lobaka hatte diese Lichtschwertfarbe. Wer Lobaka ist, wieso er eine so unglaublich seltene Lichtschwertfarbe hat und was die Bedeutung dahinter ist, erfahrt ihr in diesem Video. Zuvor soll aber gesagt sein, dass gerade einmal 30% der Zuschauer diesen Kanal abonniert haben. Das ist wirklich unglaublich wenig. Wenn du also regelmäßig meine Videos schaust, dann drück doch auf den Abonniert-Button. Es kostet nichts und unterstützt mich viel mehr, als du dir auch nur im Entferdesten vorstellen kannst. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Lobaka wurde im Jahre 4 nach der Schlacht von Yavin als Sohn von Kalabau und Maharko geboren. Sein Spitzname war Lowey. Lowey war der Neffe von Chewbacca und es zeigte sich bereits in jungen Jahren, dass er ein machtsensitiver Wookie war. Das ist etwas, das es nur alle 100 Jahre gab. Luke Skywalker bat deswegen 23 Jahre nach der Schlacht von Yavin, als Lowey bereits 19 Jahre alt war, Han Solo und Chewbacca darum, Lowey von Kashyyyk nach Yavin 4 zu bringen, damit er ihn zum Jedi ausbilden kann. Auf Yavin 4 begann Lowey dann zeitgleich mit Jason und Jaina Solo die Ausbildung und freundete sich auch mit ihnen an. Da fast niemand die Sprache der Wookies verstand, fertigten Chewbacca und C3PO einen Miniatur-Übersetzer-Droiden an, der den Namen MTT trug. Dieser übersetzte die Worte von Lowey, sodass ihn jeder andere verstand. Ebenfalls freundete sich Lowey mit der Duff von ihr Ternal Kay an, die gemeinsam mit Lowey, Jason und Jaina ein unzertrennliches Team bildeten. In den nächsten zwei Jahren erlebten die Freunde zahlreiche Abenteuer. Eines davon war die Konstruktion ihres Lichtschwerts. Luke wollte, dass seine Schüler für die wachsende Bedrohung des Zweiten Imperium gewachsen sind und teilte ihnen alles Wichtige mit, was sie über die Lichtschwerter wissen müssen. Lowey hatte eine Leidenschaft für Computer, weswegen er spezielle Computerteile verwendete. Sein Kyberkristall stammt aus einem Vulkan und die Farbe seines Lichtschwerts war Bronze. Die wohl seltenste Lichtschwertfarbe überhaupt. Über diese Lichtschwertfarbe wissen wir nur, dass Bronze für Stärke steht. Und davon hatte Lowey reichlich genug. Viel mehr wissen wir leider nicht über diese Lichtschwertfarbe. Abgesehen von Lowey gab es also keinen anderen Jedi, der diese Lichtschwertfarbe hatte. Nur wenige Jahre später, im Jahre 25 nach der Schlacht von Yavin, wurden Lowey, Jason, Jaina und Tino Kay zu Jedi ernannt, womit sie ihre Ausbildung abschlossen. Noch im gleichen Jahr gab sich eine neue und weitaus dunklere Bedrohung zum Vorschein, als es das Imperium war. Die Usang Wong, eine Spezies, die einen galaxisweiten Krieg auslöste. Eines ihrer Ziele war Artorias. Luke Skywalker kam zu Hilfe, um den Planeten zu evakuieren, wobei er Finn Galphedrine rettete. Einen machtsensitiven Jungen, den er auch nach Yavin 4 brachte. Auch Anakin Solo, der Bruder von Jason und Jaina, war übrigens mittlerweile ein Jedi. Zur gleichen Zeit wurde Lowys Onkel Chewbacca getötet, weshalb sich Lowey nach Kashyyyk begab und dort an der Trauerfeier teilnahm. Dort teilten Lowey und Chewbaccas Sohn Han Solo mit, dass sie die Lebensschuld von Chewbacca übernehmen und fortführen werden. Sie wollen somit bis ans Ende ihrer Tage Solo dienen. Nach der Trauerfeier begab sich Lowey nach Coruscant, wo Luke Skywalker eine Sitzung einberufen hatte. Denn dem Jedi gelang es Elan und intimer Verge, zwei Anhänger der Yu-Sang Wong, gefangen zu nehmen. Während Elan eine Attentäterin war und alle töten wollte, half Verge den Skywalkers und überreichte Luchsfrau Mara Jade ein Heilmittel gegen ihre Krankheit. Die Yu-Sang Wong waren unaufhaltbar. Selbst die Republik mit ihrer gewaltigen Streitmacht hatte keine Chance. Zur gleichen Zeit wurde Anakin Solo auf einer Mission mit Lowey von den Yu-Sang Wong getötet, wobei Jaina wegen ihrer Wut fast der dunklen Seite verfiel. Lowey wich seit diesem Tag nicht mehr von Jainas Seite. Im Jahre 40 nach der Schlacht von Yavin, als die Yu-Sang Wong längst besiegt waren und Jason Solo längst der dunklen Seite verfiel und zu Darth Cades wurde, brach der zweite Galaktische Bürgerkrieg aus und auch Kashyyyk wurde angegriffen. Es würde den Rahmen sprengen, den gesamten Yu-Sang Wong Krieg zu erklären und den Verfall von Jason Solo auf die dunkle Seite zu erklären. Wenn ihr aber trotzdem mehr darüber erfahren wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, denn dann werde ich natürlich auch noch ein separates Video dazu machen. Die Belagerung endete schließlich bereits ein Jahr später, als sich Kashyyyk der Jedi-Koalition anschloss und Darth Cades von seiner Schwester Jaina Solo besiegt wurde. Aber das war sie dann auch schon, die Geschichte von Lobaka, dem Jedi, der ein bronzefarbiges Lichtschwert hatte. Was ist eure Meinung zu Lobaka und habe ich vielleicht ein wichtiges Detail übersehen? Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr jetzt auch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.